So Leute, willkommen bei Carys, ich heiße Carmen Asse, heute mit dem Lamborghini Performante, Lamborghini Evo und Lamborghini Urus heute am Start. Ist es heute nicht am Steuer, aber ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. Wir fahren jetzt hier ein Rennen gegen den Huracan Performante, der Huracan Evo ist irgendwie hinten liegen geblieben. 12,6 Meter, eine Viertelmeile. So, jetzt Viertelmeile gegen den Huracan Performante und Evo, wir liegen auf jeden Fall hinten, was ja eigentlich auch denkbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.